Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier zeige ich euch den XR Crossmax für Damen in der neutralen Variante, der Alleskönner aus dem Hause Salomon. Von der Haustür bis ins Gelände ist der XR Crossmax von Salomon unübertroffen in Sachen Kraft und Geschwindigkeit. Aufgrund seines Sohlenaufbaus ist dieser Trail-Schuh auch durchaus für Asphalt zu gebrauchen und somit der ideale Begleiter von der Haustür bis ins Gelände. Besondere Beachtung findet hierbei die OS-Tententechnologie. Sie ermöglicht eine optimale Kraftübertragung von der Ferse in den Vorfußbereich während der Abrollbewegung. Das Obermaterial besteht aus sehr dehnungsfähigen und atmungsaktiven Gewebe und das im Vorfuß aufgebrachte Sensiflex sorgt hierbei für verbesserten Halt und optimalen Sitz während des Laufens. Damit im Gelände keine Steinchen oder ähnliches in den Schuh gelangen, ist die Zunge mit einer elastischen Abdeckung versehen. Das Quicklace Schnürsystem ermöglicht ein schnelles Schließen und Öffnen der Schuhe. Hierbei lassen sich die Schnürsenkel praktisch in der dafür vorgesehenen Tasche verstecken. Wer lange Läufe im Gelände liebt, wird auch den XR Crossmax von Salomon lieben. Ihr bekommt ihn in allen Runnerspoint-Filialen oder gleich hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.